Wo wollen wir stehen im Jahr 2025? Ich will drei Punkte herausgreifen. Wir müssen die Klimaschutzziele im Verkehr erreicht haben. Zweitens, wir brauchen Mobilität für alle in der Stadt genauso wie auf dem Land und dafür eine funktionierende Infrastruktur. Und drittens, Mobilität muss endlich sicher sein. Das sind die vereinbarten Ziele auch des Koalitionsvertrages. Und da gilt es jetzt zu fragen, wo stehen wir eigentlich? Die Ziele in Sachen Elektromobilität sind massiv verfehlt worden. Bei Rad- und Fußverkehr wurde vor allem Papier geschwärzt. Marode Straßen und Brücken füllen die Zeitungen. Die Ziele, die in Sachen Verkehrssicherheit die Bundesregierung selbst sich gesteckt hatte, sind allesamt verfehlt worden. Das ist die Bilanz der letzten Regierung. Und da muss sich einiges ändern. Im Koalitionsvertrag ist die Vision Zero für weniger Unfälle und mehr Verkehrssicherheit verankert. Ich begrüße den Vorstoß zu Tempo 30, zu Mehrtempo 30 durch Minister Wissing. Das wird ein wichtiger Schritt. Und ich finde, aus der Vision Zero muss eine Mission Zero werden. Und dafür stehen wir bereit. Nächster Punkt. Mobilität für alle setzt eine funktionierende Infrastruktur voraus. Und daher werden wir die Mittel für den Bahnausbau erhöhen, ebenso wie für den Nahverkehr. Der nationale Radverkehrsplan wird umgesetzt werden. Insbesondere das Radnetz ist auszubauen. Wir werden uns dazu verständigen, welche Infrastruktur wir künftig brauchen. Und dazu haben wir was Neues. Auch im Koalitionsvertrag verankert, nämlich einen sogenannten Gleichstellungscheck. Und der sichert erstmals den Einfluss der verschiedensten Perspektiven, zum Beispiel von Jung und von Alt. Das ist neu und das ist gut. Wir kümmern uns auch um die Straßeninfrastruktur. Und dass das bitter nötig ist, das sagen immer wieder Land auf, Land ab, alle Fraktionen. Das wird betont. Aber, Herr Bereis, von der vorrangigen Regierung eben nicht einfach nicht gemacht. Die Klimaschutzziele, die gelten auch ganz klar im Verkehr. Und da muss ich mich auch bedanken. Das hat der Herr Verkehrsminister heute nochmal ganz explizit klar formuliert. Und das ist gut so. Deswegen werden wir statt Verbrennern Elektroautos auf den Markt bringen. Deswegen wird es einen Klimascheck geben. Das ist übrigens der Realitätscheck, Herr Lange. Und deswegen werden dann damit auch Gesetzesmaßnahmen transparent und steuerbar in ihren Auswirkungen aufs Klima werden. Es gilt enorm viel aufzuholen. Und mit dieser neuen Koalition wird daher sich vieles bewegen müssen. Mobilität kann sicher, kann nachhaltig, kann erschwinglich sein. Das ist keine Utopie. Das ist Handwerk. Und dafür laden wir alle auf eine gute Zusammenarbeit ein. Vielen Dank.